Der einzigen Schweizer Meisterin neben Julia Steingrube in den letzten drei Jahren. Also jetzt. In der Vorrunde ist Dilaria gestürzt. Das muss sie vergessen. Für sie ein Riesenerfolg, das hier im Finale steht. Jetzt folgt das Element. Gut. Direkt kombiniert. Ja, okay. Ich muss da ein wenig wegkratzen. Die Dreizenten weg im Ehrwert bleibt aber hier oben. Die Pirouette folgt von einer zweiten Pirouette. Hier. Käseli bürgt sicherer auf dem Zitterbalken als auch in der Vorrunde. Ah! Ja. Wirklich. Ah, offensichtlich. Ich muss die Gräb verlassen. Da kann man nichts machen. Stürzt. Der Punkt weg. Wir schauen, dass diese dreifach Kombination jetzt gelingt. Einmal, zweimal, dreimal. Es bleibt oben, aber es wird natürlich riesig enttäuscht sein. Der Ausgang, Auerbach gestreckt zum Stand. Ja, es ist einfach nur der Zitterbalken. Und man kann nicht korrigieren bei dem Gerät. Wenn nur eine Armbewegung nicht genau ausgeführt wird, dann ist man in der Luft und weiss es eigentlich schon ein bisschen. Oh, das könnte knapp werden. Da kann sie nicht genau hinstellen. Kommt aus der Ballasse. Kann man keinen Schritt nach vorne machen und wieder zurück. Ist klar, dann ist man einfach unten. Das ist heute leider zweimal passiert. Und damit kann Pablo...